hallo hierbei küken mit euch herzlich willkommen auf dem berostigen kanal und zum kleinen in die horrorspielchen durch die interview werden also interviewt vorab ganz herzlichen dank alle unterstützer ohne die ich hier gar nicht machbar zu realisieren wäre vielen lieben dank dafür und schöne grüße gehen raus an espel für die netten kommentare immer vielen vielen lieben dank dafür controls look all right in the actual run shift all right by job oder jeff joff alway begin all right due to join cue of the crew in die wadeschlange hallo ortig zum trinken nothing this company has worked Null days without an accident, ooooh Ah, wir müssen ja umgucken hier, ne? Ooooooh Pissue Ne Erbsensupp, äh, ein Erbseneintopf, nice Pissue noch, Boot, äh, Erbsen, ja Ooooooh Wut? 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 Mindset is nothing Your dreams will never overcome your fear Whenever you are, be a bad one What? This is strange Never try, never fail Ja, wer nichts probiert, wer nicht mag, der nicht verliert What? Das soll ein Interview sein Das soll ein Mysteriöses Interview Hallo? Das ist schon mal ein Stranger Spiel Die muss ich noch dazu Always be losing Yo, thank you Das Was bist du denn du für ein Horst? Na gut, was ist das für ein Ding hier, oder? Was mach ich eigentlich Was mach ich hier eigentlich? Da ist... Der ist runtergefallen Ich hab keine Ahnung Ich hab keine Ahnung Ich hab keine Ahnung Ich hab keine Ahnung Overflowing mit Kompetenz Eh? Ich hab keine Ahnung Ich hab keine Ahnung Ich hab keine Ahnung Was? Ich kann nur mit dem Thema Ja beantworten. Question 3. How do you speed your free time? Singing about work? Talking to other people about work? Working? Working? What is the color of success? Green. Question 5. How will you respond when your superior asks you to redo a task you spend hours on? I will gladly redo my work. I will happily redo my work. I will redo my work with abundant exuberance. I don't understand English. Question 6. What is your work style? Working long hours with little rest. Working long hours with little rest and low pay. Working long hours with no rest and no pay. Das letzte oder lange Arbeiten, keine Pause, keine Bezahlung. If you could invent anything, what would it be? Ein dritter Abend, a pill that eliminates the need to sleep and eat. Office chairs with toilets for seats. Eine Pille. Wir nehmen die Pille, wo man nicht schlafen muss und nicht essen. Oh, wir können eintreten. Thank you. Da haben wir alles richtig gemacht. Crazy. Er ist schon crazy, oder? Ja, cooles Ding. Hat was, oder? Hat was. Wacht auf, wer war lau. Das da war's ja schon, oder? Time to test your problem-solving, sir. Tell me more. We discover the items, change out all the doors, codes around the office. What? We terminate him permanently. Except Eric, we can't find him. Eric? Where's Eric? Er ist ein bisschen schwierig zu menagen. Was meinst du? Er kann seine Hände nicht bei sich sein lassen. Oh. Anyway, we set all the door codes, except the one in this room. Ja, was willst du jetzt von mir? See if you can figure that out, it will show us, if you're a company natural. Do you accept this challenge? Yes, I'm ready. Good luck, chump. Uh, chump. What the hell? Hello? What? 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 What will ich jetzt hier machen, ja? Oh, ich brauche einen Code. Ein, ein, die Code. Irgendwie einen Code. Oh, Gott, um Himmel. Ich soll jetzt hier einen Code finden? Ist das dein Ernst? Zwei Nicht zwei Wir haben nicht zwei Number two What? Was bist du für einer? Was ist das für Horst? Eine Zwei We found a two Gib mir eine Zwei In der Tasche mit der Lampe Eine Zwei Immerhin haben wir mal eine Zwei Hä? Äh, da bin ich aber da ganz schlecht In solchen Sachen, die ich sage Da bin ich ja gar nicht schlecht Ihr wisst es doch Dass ich da miserabel bin In solchen Sachen Zu Äh, äh, äh Zwei, zwei Jetzt steht der schon wieder da Der Sack Gibt's doch nicht hier, oder? Äh, äh, strange, oder? Wo muss ich erst diese Sachen finden Und dann muss man doch irgendwie den Code hier Eingeben, aber wie? Ich habe ja gesagt, da ist ja keine Reihenfolge Jetzt steht er gleich, oder? Genau, die andere Zwei, zwei Und sieben Steht das schon wieder da? Per Horst Vor allem, ich weiß ja nicht, wie viele Zahlen wir brauchen Was is strange 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 world Strange world Itš, I dunno what? Wayne's world, Wayne's world Party time Äh, jetzt findet man hier was, ne, in diesem Irrgarten. Vor allem die Reihenfolge. Was soll ich mir da eine Reihenfolge merken, Leute? Hä? Habt ihr eine Ahnung, eine Idee, wie das funktionieren soll? Ich nicht. Wir haben 2, 2 und 7. Wonderful. 2, 2, 7. Also ist schon ein bisschen strange. Oder ein bisschen ist noch untertrieben. Würde ich sagen. 2, 2, 7, 0. Ach, du gehst mal auf den Keks, ja, ich sag das. Aber ihr könnt euch das ja auch gerne selber mal runterladen, selber mal probieren, ne. 2, 2, 7, 0. 0, 7, 2, 2. 2, 0, 7, 2. 2, 0, 7, 2, 7, 2. 2, 7, 2, 7, 2. Hab ich doch grad gemacht, du hast. 7, 2, 2, ne, 7, 2, 2, 0. Halt ich auch schon? 7, 2, 2, 0. 2, 2, 0. 2, 2, 0, 7, 2. 2, 2, 0, 7. 2, 2, 0, 7. 1, 2, 0, 7, 2. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. 0, 2, 7, 2. I don't know. Mein Geburtstag. Oh, really? Wir haben ja vier Zahlen. Keine Ahnung. Mein Geburtstag. Oh, Jesus. Leute, ich bin doch kein Rätselknacker. Oh, das ist leid, Schwerter. Das war wirklich, wirklich, sehr, 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 sehr. Das war sehr, 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 sehr. Ich glaube, Sie sind nicht da. Okay, ich habe die Frage. Das ist, wir werden noch lange haben, in turn. Das ist, wir werden noch lange, sehr, 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 sehr. Also, wenn du hier so ein Vorstellungsgespräch hast, um einen Job zu bekommen, und dann sage ich mal, dann hau lieber mal ab, ja, dann lieber hier nichts machen, oder? Es zieht sich jetzt schon ein bisschen in die Länge, ne? Es wird immer stranger. Der Interview. Oh, no, ist das ein Maze? Ja, Gott. Ja, das ist ein bisschen ganz scheiße. Oh, no, ist das ein Maze drin. What? What? Ah, jetzt aber schnell her. Wir müssen schnell sein, bevor das Ding zugeht, oder? Ah, I'm too slow. Really? Wir müssen da schnell sein. Ach, ich bin doch auf dem Auto, ich bin doch auf dem Tisch. Oh, ich bin falsch gelaufen. Ich bin einmal falsch abgebogen. Wir probieren es doch einmal. Und dann steigt man der Rucksack her. Jetzt aber... Horst, das Hähnchen wurde nicht gefragt. Er wurde einfach... Einfach... Oh. Last try. Last try. Äh. Bin ich schon mal da draußen, ja? Äh, da will ich doch gar nicht hin. Scheißegal. Bei mich vor dem Ding und dann schnell hier... Last try. Really last try. Bin ich jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Nein, nein, nein. Das Ding ist so rasend schnell. Ihr habt ja gesehen, ich drücke auf den Knopf, aber dann dauert es wieder zu lange, dann ist es wieder hinter mir. Ja, aber ein cooles Spielchen, das war ein Interview. Ziemlich hartes Vorstellungsgespräch, ne. Wir bedanken uns ganz herzlich bei euch, was zusehen würde. Wir würden uns freuen, wenn ihr einschalten würdet auf unserem Rosti-Kanal. Bitte bewertet doch das Video, schreibt es in die Kommentare, aktiviert die Glocke und falls ihr kein Abo habt. Kippt schon drückt, press den Button, zu subscribe. Ansonsten genießt das Leben, habt Spaß, schüttet euch bitte, bleibt gesund, habt eine schöne Weihnachtszeit und bis zum nächsten Mal. Wir sagen, schön mit der Öffi-Klinge runter, Rosti. Thank you and goodbye, say hi to my friends and have a wonderful Christmas time. A big thanks for this nice game. It's too hard, man.